Rationale psychodynamische Diagnose oder Diagnostik 2 oder OPD 2. Die Achse 3, die Konfliktachse, eine ganz wichtige Achse für die allgemeine Psychotherapie. Hier geht es um die grundsätzlichen Konflikte, die Menschen haben. Menschen sind immer wieder konfliktträchtig oder sie haben Konflikte. Es ist also ganz normal im Leben Konflikte zu haben. Für uns in der Psychotherapie ist es interessant, die Muster dieser Konflikte zu entdecken. Das heißt also die Konfliktfärbung oder die Muster, die immer wiederkehrenden Charakter haben. Also im Grunde genommen Grundkonflikte unseres Daseins sind. Da haben wir zunächst mal den Konflikt K1, Individuation versus Abhängigkeit. Als Menschen sind wir ja individuelle Wesen, wir sind Persönlichkeiten, wir sind einmalig. Das könnte man medizinisch betrachten, genetisch beispielsweise, aber auch sonst mental. Also etwas sehr Individuelles, etwas sehr Persönliches. Und wir können Dinge mit uns selbst ausmachen, wir haben gewisse Autarkiemöglichkeiten, wir können individuelle Selbstbestimmung haben, wir sind selbstbestimmt, wir funktionieren selber und auf der anderen Seite haben wir eben die Abhängigkeit. Wir sind abhängig von unseren Partnern, wir sind abhängig von der Familie, wir sind abhängig vom Arbeitgeber, wir sind abhängig von der Gesetzeslage, von der Kultur und so weiter und so weiter. Also Individuation versus Abhängigkeit. Da ist zum Beispiel ganz wichtig die Bedeutung von Bindung und Beziehung. In der Beziehung bin ich abhängig, andererseits aber auch eigenständig und selbstständig. Das heißt also die Persönlichkeit eben, die ich bin. Auf der anderen Seite brauche ich diese Abhängigkeit oder lebe in der Abhängigkeit und muss eben diese Abhängigkeit versus dieser Individuation regulieren können. Es ist eine Beziehungsgestaltung zwischen Nähe und Distanz. Wir hatten Nähe und Distanz schon besprochen. Etwas Grundlegendes einerseits können wir sehr nah sein als Menschen. Und wir haben ein Bestreben danach, sehr nah zu sein, mit jemandem zu verschmelzen. Diese Einheit tatsächlich zu erleben und zu empfangen. Und andererseits sind wir wiederum in der Distanz. Für uns alleine im Extremfall, was auch ganz wichtig ist, immer wieder alleine zu sein im Leben und alleine mit sich klar zu kommen und alleine etwas gestalten zu können. Also Nähe und Distanz. Dann natürlich auch sowas wie Abhängigkeit und Individuation in verschiedenen anderen Bereichen, um die mal anzusprechen, auch wiederum abhängig von irgendwelchen Gesamtsituationen, in denen man sich bewegt, also je nach Kultur, nach Epoche und so weiter. Und hier natürlich dann auch andererseits wiederum individuell. Da ist ein Thema zum Beispiel auch Angst vor Einsamkeit auf der einen Seite. Also in der Individuation kann ich sehr einsam sein oder mich einsam fühlen, allein einsam fühlen. Andererseits wiederum Angst vor einer Vereinnahmung. Wenn ich also abhängig bin, wenn ich in einer Beziehung bin, kann ich von dem Partner vereinnahmt werden. Und es ist immer wieder eine interessante Herausforderung, sich gegenüber dem Partner zu emanzipieren, seinen eigenen Bereich zu entwickeln, zu haben, zu bewahren, auch geradezu zu verteidigen und dann wiederum eben in die wechselseitige Abhängigkeit hineinzugehen. Also stets große Herausforderungen, die wir im Leben haben. Angst vor Einsamkeit oder eben die Vereinnahmung. Dann auch ein Thema Nähe und Bindung um jeden Preis. Ich hatte schon angedeutet auch, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die immer wieder Nähe und Bindung um jeden Preis annehmen. Also beispielsweise ein Extremwert wäre, die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die eben dominiert durch Kriminalität, durch absoluten Egoismus und so weiter, die sich also Menschen anzieht, die vielleicht abhängig sind, dependent und ängstlich sind. Und so eine ängstlich-dependente Persönlichkeit nimmt dann die Nähe und Bindung um jeden Preis buchstäblich, um den Preis abends verprügelt zu werden von dieser Person, die gar kein Mitgefühl hat und Mitleid hat und sich eben auf ihre Art und Weise durchsetzen möchte. Und ich halte diese Beziehung, obwohl sie fürchterlich ist und in aller Fürchterlichkeit eben existiert, auf jeden Fall. Sonst habe ich vielleicht gar keine Bindung mehr. Sonst bin ich alleine und Mutter sehen alleine. Oder auf der anderen Seite natürlich die übersteigerte Unabhängigkeit. Ich möchte immer unabhängig sein. Ich möchte meine Freiheit haben. Ich verteidige meine Freiheit. Ich rede um der Freiheit willen. Ich mache Freiheit um der Freiheit willen. Vielleicht ein gewisses Drama, um eben um jeden Preis frei zu sein. In Wirklichkeit bin ich ja frei. Ich habe aber nur diese Rebellion, ständig immer mehr frei zu sein, was ich vielleicht auch gar nicht brauche. Das sind also diese typischen Themen und natürlich noch andere Themen mehr, die man gerne ergänzen kann und weiter darüber nachdenken kann, reflektieren kann, die bei dem Thema, diesem Grundkonflikt Beziehungsachse, Achse 3 OPD 2 K1 Individuation versus Abhängigkeit vorhanden ist. Dann haben wir die K2, die Achse 2 Unterwerfung versus Kontrolle. Als Menschen müssen wir uns auch immer wieder unterwerfen. Also eine Möglichkeit ist die Unterwerfung an das große Geschehen, an das Schicksal. Die Unterwerfung gegenüber einer Person, die so machtvoll ist, oder einer Instanz, die so machtvoll ist, zum Beispiel das Gesetz und der Richterspruch. Ich muss mich dem Gesetz unterwerfen, wenn der Richter über mich diesen Spruch hatte und muss mich diesem Recht und diesem Spruch dann beugen. Das ist eine Unterwerfung. Oder ich unterwerfe mich der Naturkatastrophe, die fürchterlichen Schaden eingerichtet hat, aber ich habe vielleicht überlebt und bin froh, dass ich mein Leben gerettet habe und das meiner Familie und habe mich auf diese Art und Weise unterworfen. Also diese Unterwerfung, diese Kapitulation, das ist ja auch eine Kapitulation, siehe Schritte-Programm, Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker, überhaupt der emotional anonymus in der Hinsicht, ist eine Unterwerfung oder eine Kapitulation. Ich kann nicht mehr, ich unterwerfe mich meiner eigenen Unfähigkeit oder gerade vorhandenen Unpässlichkeit oder Unmöglichkeit, eine Sache einfach nicht regulieren zu können und nicht entsprechend entwickeln zu können. Da brauche ich eine Unterwerfung. Einerseits, auf der anderen Seite die Kontrolle, also Unterwerfung versus Kontrolle. Da geht es um solche Themen wie Dominanz. Ich muss also dominieren können, ich muss mich durchsetzen können als Mensch. Ich muss mich behaupten können, ich muss um mein Recht kämpfen können, ich muss für etwas einstehen. Ich habe einen Widerstreit entsprechend meiner Dominanz. Ich möchte Menschen auch kontrollieren in dieser Dominanz, einerseits. Auf der anderen Seite die Unterordnung. Das kenne ich zum Beispiel aus meinem Leben sehr gut. Ich kann mich in einer Gruppe sehr schön unterordnen oder irgendjemand, der eine Gruppe leitet oder jemand, der referiert, natürlich diesen Wissen unterordnen und sagen, ich höre da mal zu. Und das ist eine gewisse Unterordnung, die hier stattfindet. Ich bin ganz stilles Gruppenmitglied. Ich muss nicht ständig immer wieder dominieren und aufmucken. Es gibt ja Leute, die ständig versuchen zu dominieren. Die sind genauso gestört wie die Menschen, die sich vielleicht ständig nur unterordnen. Und andererseits bin ich wiederum Gruppenleiter oder Seminarleiter und habe hier meine dominante Rolle oder ich habe meine dominante Rolle als Familienvater, als Ehemann, was auch immer, und führe diese Dominanz dann aus. Dominanz versus Unterordnung. Dann aber auch das Thema Macht versus Unmacht. Wir sind mächtig einerseits und ohnmächtig andererseits. Also ohnmächtig gegenüber der Krankheit, die jetzt gerade diagnostiziert wurde, ohnmächtig gegenüber dem Geschehen, das mit deinem Familienmitglied stattfindet, ohnmächtig gegenüber der Situation, die durch ein Unwetter entsteht und so weiter und so weiter. Einerseits sehr machtvoll und machtausübend und auch machtvollend, andererseits ohnmächtig. Dann ist da auch so ein Thema vorhanden wie Rigidität, denn Menschen, das hat etwas zu tun mit Unterwerfung und Kontrolle, rigide zu sein, zwangsmäßig immer wieder einseitig zu kontrollieren, rigide, anankastisch zu sein, wo man sich dann vielleicht nur hingeben könnte oder unterwerfen sollte auch. Und diese Unterwerfung, was Interessantes ist. Dann sowas wie Tradition natürlich auch ist ein Thema, das hier genauso vorhanden ist. Oder die Thematik Regeln und Hierarchien, Gesetze, beschriebene oder geschriebene Regeln, ungeschriebene Regeln und Hierarchien. Dann aber auch so ein Thema wie der passive Widerstand. Als Mensch sind wir widerständig, also versuchen dann etwas zu kontrollieren oder zu dominieren. Auf der anderen Seite tun wir so, als ob wir uns unterwerfen. Also wir unterminieren quasi diese Unterwerfung, indem wir hintenrum dann doch einen Widerstand leisten. Und das nennen wir passiver Widerstand. Es gibt zum Beispiel so einen Begriff wie passiv-aggressive Persönlichkeit, auf die das eben zutreffen würde. Dann so ein Thema natürlich wie Rechthaberei. Wir können rechthaberisch sein und damit etwas kontrollieren und es absolut durchsetzen wollen, anstatt uns zu unterwerfen und zu sagen, ist nun mal so und ich müsste mich eigentlich unterwerfen und könnte dann loslassen davon. Und es sind ja auch große Thematiken, immer wieder von dem Loslassen. Dann natürlich auch Themen wie Widerspruch und Trotz, als Kontrollverhalten anstatt der Unterwerfung. Oder so ein Thema wie Unterwürfigkeit. Kann natürlich dann auch wiederum im Extrem da sein, dass ich nur noch unterwürfig bin, willfährig bin. Und so ein Thema wie Nachgiebigkeit, also ständig nachgebe, wie so dieser berühmte Spruch, der Kluge gibt nach entsprechend. Wenn das einseitig wird, dann gebe ich immer nach und stehe nicht für mich ein. Also wir sehen hier immer wieder bei diesen Achsen auch diese Polarisierung und der Ausgleich der Polarisierung bei der K1, Individualisation versus Abhängigkeit. Bei der K2, Unterwerfung versus Kontrolle. Dann die K3, Versorgung versus Autarkie. Als Menschen sind wir Wesen, die versorgt werden und von anderen abhängig sind. Das hat ja mit Abhängigkeit, Unabhängigkeit zu tun. Auf der anderen Seite haben wir eine gewisse Autarkie. Da geht es um das Thema Streben nach Versorgung und Geborgenheit. Einerseits möchte ich versorgt werden, ich habe ein Rentenbegehren, ich kriege eine Grundsicherung. Der Staat sichert uns eine Grundsicherung zu, damit wir nicht verhungern und verkommen in der Hinsicht. Das ist also ein Streben nach Versorgung, das auch geradezu im Gesetzeskodex in der Kultur verankert ist. Geborgenheit ist ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Dann aber auch das Streben nach Autarkie, nach Selbstständigkeit, nach ich kann alles für mich selber regeln, ich bin unabhängig von allen. Ich kann autark beweisen, dass ich die Dinge auf die Reihe bringe. Aber auch so ein Thema wie Altruismus. Also altruistisch ist jemand, der anderen gibt, der sich für andere geradezu opfert, der das letzte Hemd hergibt, nicht für andere Menschen einsetzt. Dieses Altruistische ist ja in vielen Religionen sehr verbreitet, im Christentum zum Beispiel oder im Buddhismus und in anderen großen Religionen oder überhaupt auch in Religionen in der Hinsicht. Dann aber auch so ein Thema wie Bekommen. Ich bekomme etwas, es fällt mir auch etwas zu, ich habe Glück und bekomme etwas und ich verliere etwas auf der anderen Seite. Also viele Dinge bekommen wir im Leben immer wieder als Geschenk, wenn man das so ausdrücken mag. Das ist also etwas, was stets irgendwo praktisch automatisch geschieht. Andererseits verlieren wir Dinge und müssen sie dann loslassen. Wir können nicht alles bekommen, wir können nicht alles gierig anraffen und tun in der Hinsicht, aber wir sind auch nicht die ewigen Loser, die ständig etwas verlieren. Dann natürlich das Thema Trauer und Depression, das mit Versorgung und Autarkie zu tun hat. Entsprechend autark zu sein, Trauer zu haben, depressiv zu sein und hier Depressionen zu erleben. Sich selbst versorgen können natürlich, aber eben anderen etwas geben können, wie wir schon im Altruismus sagten. Und natürlich auch abgewährte Versorgungswünsche und Enttäuschungen. Ich möchte gerne versorgt werden, deswegen habe ich so ein starkes Streben nach Autarkie und umgekehrt entsprechend. Das sind abgewährte Versorgungswünsche und Enttäuschungen. Gerade die Menschen, die sich vielleicht altruistisch aufopfern für andere Menschen in sozialen Berufen, diese Helfer-Syndrome haben, wie zum Beispiel auch einige Psychotherapeuten, die haben abgewährte Versorgungswünsche, denn sie würden natürlich auch gerne selbst versorgt werden.